Also ich erinnere mich noch, der erste Prototyp sollte probiert werden. Und dann waren wir so eine Gruppe, waren natürlich viele Kunden von mir dabei. Und dann waren wir da im Garten und einer flüsterte dem anderen zu. Aber wir beurteilen das wohlwollend, ne? Wenn das vielleicht nicht schmeckt, das sagen wir aber nicht. Und dann waren wir so froh über dieses tolle Bier. Ihr musstet nicht mal lügen. Wir mussten nicht mal lügen. So, wir waren einfach nur hin und weg und haben das Auto gleich vollgeladen und ab in den Laden damit. Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier? Wegen des Rheins. Komm, Gast. Ja, hallo Thomas Hund, Blockbräu. Guten Tag. Brian Schlede, Braumarkt, Hamburg. Grüß dich, Stefan. Ich bin bei Fiete und Jule vom Wildwuchsbrauwerk. Axel, hallo. Schön, dass du dabei bist. Moin, hallo. Grüß dich. Ja, hallo. Sascha Bruns von Landgang. Ja, moin. Julia Wesselow, Kervider Kreativbrauerei. Hallo. Moin. Wir sind im Bunthaus Schankraum in Willemsburg. Das war am Anfang die Ex-Bierlandkönigin Esther Isaak de Schmidt-Bolender. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine. Und Stefan. Und begrüßen euch zur mittlerweile 105. Folge. Ja, das wird eine ganz besondere Folge, denn wir starten heute mit einem ganz besonderen Thema, nämlich 10 Jahre Craft Beer in Hamburg. Die Situation ist die, wir haben die Hamburger Beer Week, die vor der Tür steht. Und das nehmen wir zum Anlass, um einmal auf 10 Jahre zurückzublicken, auf die Anfänge der Craft Beer Bewegung hier in unserer schönen Stadt. Und es wird eine Doppelfolge. In dieser ersten Folge geht es um den Startschuss vor gut 10 Jahren. Nach dieser Folge werdet ihr gute Laune haben, denn so viel Aufbruchsstimmung steckt garantiert an. Ihr lernt die alten Hasen und Häsinnen dieser Bierbewegung kennen. Ihr erfahrt viel Persönliches, Dinge, die man nicht auf Wikipedia findet. Und das, was ihr hier hört, lässt sich auch gut übertragen auf die Bierbewegung bundesweit. Aber bevor wir so richtig einsteigen, kommt erstmal eine kleine Kurzvorstellung für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Wir sind Regine Marxen, freie Journalistin und Biersommier und Stefan Enrichkeit, Musikproduzent, Bassist und Hobbybrauer. Zusammen machen wir Podcasts, zum Beispiel Hopcast. Hier lernst du spannende Bierpersönlichkeiten, Bierlocations, Bierdestinations und natürlich neue Biere kennen. Es fließt eine Menge Mühe und Zeit in diesen Podcast. Deshalb, wenn er dir gefällt, teile ihn mit mindestens einem Bierfreund oder einer Bierfreundin. Abonniere unseren kostenfreien Newsletter. Hinterlasse eine liebevolle Bewertung auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal. Und wenn du magst und kannst, unterstütze uns auch finanziell. Das geht einfach über Steady. Schon ab 5 Euro bist du dabei. Als Dankeschön lassen wir uns immer wieder ein paar kleine Extras einfallen. Zum Beispiel Zugriff auf Sonderfolgen. Bei der Arbeit für diese Doppelfolge zum Beispiel haben wir so viel Material angesammelt, dass wir gedacht haben, dass wir Supportern die ungeschnittene Schönheit einzelner Interviews zur Verfügung stellen. Für noch mehr Hintergrundwissen. Und wenn du uns mit 10 Euro unterstützt, erhältst du 10% Rabatt auf deine Einkäufe bei der Bibliothek für die Dauer deiner Mitgliedschaft. Mehr dazu findest du in unseren Shownotes. So und jetzt zurück zu dieser Folge. Wir freuen uns riesig, dass unsere Freundinnen und Freunde von Hamburg Ahoi uns bei diesem Projekt unterstützen. Hamburg Ahoi stellt euch spannende Geschichten und Köpfe aus Kultur, Lifestyle und der Genusswelt Hamburgs vor. Und hier kommen wir ins Spiel. Denn Hamburgs Bierwelt ist ziemlich lecker und hat viel zu erzählen. Also lasst uns starten. Ja, das hätte 2013, 2014 wahrscheinlich niemand zu träumen gewagt, dass wir irgendwann auch in Hamburg eine Beer Week haben. Ja. Als das 2020 losging, natürlich auch Post-Corona. Ja, das war schon echt toll, zumal das Wetter da auch so super mitgespielt hat. Das hat richtig Bock gemacht. Du meinst die erste Beer Week damals? Ja, die erste Beer Week 2020, genau. Ja, das war ein kleiner Befreiungsschlag und entsprechend war auch der Spirit. Also die Leute pilgerten durch die Stadt und haben einfach Spaß gehabt am Bier und an den guten Leuten und an guten Gesprächen und haben Stempel gesammelt von den Locations, die sie besucht haben. Ja, und man konnte halt irgendwie viel draußen sein. Das war natürlich auch ganz toll und das war 2020 natürlich auch ganz wichtig, dass das möglichst alles draußen war. Ja. Und ja, super, da noch schöne Erinnerungen dran. Ich konnte leider nicht so viel mitmachen, weil ich ja irgendwie arbeiten musste, aber so einen ganzen Freitag sind wir da rumgetingelt. Das war super. Und in diesem Jahr findet sie jetzt schon zum fünften Mal statt, nämlich vom 12. bis zum 15. September. Und eine Woche lang feiert Hamburg die pralle Bierkultur mit Tastings, Workshop, Tap-Take-Overs, einem gemeinschaftlichen Co-Brew namens Hans Blank. Und die Bierwik startete die ja eigentlich als Genossenschaft, jetzt inzwischen ist sie eine GbR. Daran sieht man, es ist immer noch Bewegung im Spiel und sie hat irgendwie ihre finite Form auch immer noch nicht gefunden. Und die, die sich hier vor allem engagieren, sind Jens Hinrichs von Bundhaus, Axel Ohm von Überquell und Brian Schlede vom Braumarkt Hamburg. Und ich würde sagen, lasst doch mal hören, was Jens von Bundhaus zur Bierwik zu erzählen hat in diesem Jahr. Die diesjährige Bierwik steht ganz unter dem Motto Back to the Roots. Wir haben damals die Bierwik ja während Corona gestartet und die zentrale Idee war, ein dezentrales Event zu haben, wo man eigentlich die Orte in Hamburg entdecken kann, wo es einen Bierbezug gibt. Das ist vom Aufwand halt alles dann nochmal ein bisschen überschaubarer im Vergleich zu einer Celebration, die man komplett auf die Beine stellt. Ja, die Celebration, im letzten Jahr hatten wir noch eine große Abschlussveranstaltung. Die Bierwik beginnt ja immer mit einer gemeinschaftlichen Fahrt auf der Elbe und der Brewers Cruise und endet mit einer Celebration. Und die Brewers Cruise, die gibt es noch, aber die Celebration am Ende, die fällt weg. Da hatten die auch im letzten Jahr echt Pech. Also das war draußen in Wilhelmsburg eigentlich gut erreichbar. Hätte nicht vorher die S-Bahn-Strecke gebrannt und wäre da nicht noch ein Schienenersatzverkehr gewesen, ein Bus und hätte es nicht auch noch knallhart durchgeregnet. Das war alles irgendwie nicht schön und insofern steckte da viel Mühe drin, aber es kam am Ende eben nicht viel Umsatz raus. Und das ist natürlich schon sehr schade. Aber man muss sagen, die Beer Week lebt einfach sehr vom Miteinander, alle, die dort oder alle, die dort mitmachen. Und Axel Ohm vom Überquelle hat dir, Stefan, ja auch im Interview erklärt, wir sind eben nicht eine große Agentur, die irgendwie Budgets bekommt, um da was zu verballern. Sondern wir sind ja sehr basisorientiert und leben davon, dass andere mitziehen und uns unterstützen. Ja, und Axel gehört ja auch zu denen, für die so die Verbindung aus Food und Bier eine ganz zentrale Geschichte ist, die er auch sehr gerne vorantreibt. Zum Beispiel auch in dieser Connection mit dem Food Festival Open Mouth. Und im letzten Jahr fand die Beer Week unter dem Dach des neuen Food Festivals ja statt. Und in diesem Jahr findet das Open Mouth vom 12. bis 16. September statt, also zeitgleich. Und es wird sicherlich auch Überschneidungen geben. Ja, Open Mouth steht in Hamburg grundsätzlich dafür, den Erzeuger, die Manufaktur und den Konsumenten zusammenzubringen. Und das ist eine fantastische Idee, weil wir eine Stadt sind, die unglaublich reich ist an Erzeugern, Landwirten in und um Hamburg in der Region und talentierten Manufakturen. Vielen Konsumenten, Gästen ist das gar nicht so bewusst, was alles aus Hamburg kommt, was wir für ein Gebiet haben. Und die Idee wird halt jetzt zum ersten Mal strategisch von der Stadt verfolgt. Insbesondere die HAT hat da tolle Programme aufgesetzt und wir sind mit der Beer Week unter dem Dach dabei. Wir hoffen, dass die Bekanntheit von Open Mouth auch uns Brauern, Manufakturen und den Erzeugern, die dahinterstehen, helfen werden, unsere Dinge bekannter zu machen. An Personen heranzuführen, die noch nie mit uns Berührung hatten. Das ist enorm wichtig und vielleicht auch ein bisschen Stolz aufbauen für das, was Tolles aus der Region entsteht. Wir werden erstmals auf der neu entwickelten Eat-and-Style dabei sein. Da nicht über eine eigene Messe oder Ausstellung, sondern über einen Gemeinschaftsstand. Da wird es viele, viele Biere geben. Dort werden wir hoffentlich auch auf viele Konsumenten stoßen, die uns dann vor Ort löchern können und verstehen wollen, warum wir, wie das Überquell zum Beispiel, einen Sherry Sour eingebraut hat mit einigen hundert Kilo Kirschen von der anderen Seite der Elbe aus dem alten Land. Und davon habe ich gerade schon gehört, die wurden hier alle mit Liebe entsteint oder ein Großteil wurde sogar entsteint und die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ja, wie das so ist, auf einmal lernt sie Kirschen kennen. Die sind nicht nur alle sauer oder nicht alle süß, die schmecken unterschiedlich, haben unterschiedlichen Reifegraden. Ja, eine ganz, ganz tolle Frucht, die mal eben so in Hamburg entspannt wächst, aber nicht mehr so wie früher, weil die klimatischen Verhältnisse es auch nicht so einfach machen. Kirschen platzen, wenn die Temperaturunterschiede zu groß sind oder zu viel Regen auf sie reindonnert. Wir hatten das Glück, mit einem Erzeuger, mit einem Landwirt zusammenzukommen vom Obsthof Busch, der uns da wirklich ganz, ganz toll beraten hat und eine feine Vorselektion vorgenommen hat, sodass die Handarbeit dann nach wie vor sehr schmerzhaft war, die ganzen Hunderten von Kilo Kirschen zu entkehren. Aber das, was jetzt dabei rausgekommen ist, macht uns sehr, sehr happy und ist eine schöne Sache, dass wir sowas nicht nur aus Holland oder Belgien importieren müssen oder können, sondern sogar hier in Hamburg fabrizieren können. Ja, und ich hatte das große Glück, das auch schon zwickeln zu dürfen, beziehungsweise auch zwei Flaschen mitzubekommen. Das heißt, wir können jetzt hier nämlich tatsächlich sitzen und es trinken. Und es ist sehr gut. Ja, es ist wirklich ganz toll, eine wunderschöne Farbe. Es riecht so toll, so kirschig, leicht süß. Es ist auch nicht ganz sauer. Es ist nicht ganz sauer, es hat sogar auch so eine ganz leichte, bittere. Es ist aber auch eben, also es ist jetzt nicht wie ein Krieg oder so, eben halt so eine ganz süße, schwere Kirschgeschichte. Es ist gar nicht, es ist halt ein schönes, leichtes Sherry Sour. Es ist ein tolles Sommerbier, auch toll für den Spätsommer und die Farbe ist echt der Kracher. Rasmus, die Farbe ist der Kracher. Liebe Grüße, Rasmus ist der Brauer von Überquell.de für alle, die ihn noch nicht kennen. Wenn ihr uns auf Social Media folgt, zum Beispiel auf Instagram, findet ihr dort in den kommenden Tagen ein kleines Interview, das du auch gemacht hast. Mit Tom und mit Rasmus von Überquell, die dir noch ein bisschen mehr über das Bier erzählt haben. Genau, die haben nämlich auch ganz besondere Etiketten, aber das könnt ihr da alles dann... Ja, an dem Tag habe ich dich alleine losgeschickt, weil ich Corona hatte. Da hast du die alle abgeklappert. Genau. Die Jungs und Mädels. Okay, was man merkt, wenn man sich mit den Machern der Beer Week unterhält. Also so richtig einig sind sie sich alle noch nicht, wo es denn wirklich hingehen soll. Es gibt da so leicht unterschiedliche Vorstellungen, wie das nun mal so ist, wenn mehr als zwei Personen an einem Tisch sitzen. Aber die Verbindung zum Food und zum Food Festival Open Rouse ist auf jeden Fall eine nicht ganz unwichtige, in welcher Form auch immer man sich dort zusammenfindet. Und am Ende haben sich ja doch alle irgendwie gern, das sagt zumindestens Brian Schlede vom Braumarkt, der liegt in Hamburg-Altona gleich bei Landgang, bei der Brauerei Landgang um die Ecke. Und der Braumarkt hat inzwischen eine Akademie mit Fortbildungsangeboten und versorgt die Heimbrauer mit Zutaten und eine kleine Mikrobraueranlage gibt es dort auch. Brian Schlede hatte schon immer die Heimbrauer im Visier, er beriet aber auch lange Brauereien. 2015 hatte er sein Unternehmen Brewcraft eröffnet in Hamburg und er wurde sehr schnell zum Hamburger Droide der Braukultur, kann man sagen. Und wir hatten ihn auch schon zu Gast in diesem Podcast. Seit 2021 findet man ihn jetzt eben im besagten Braumarkt in Altona und hier laufen eine Menge Fäden zusammen, denn der Mann ist ein echter Netzwerker. Und wir merken es ja bei der Hamburg Beer Week immer wieder, wir haben diesen einen Collaboration Brew, wo alle Brauer dabei sind und mit einmaischen und irgendwie mögen sich auch alle. Also ich weiß nicht, ob das in anderen Städten genauso gut läuft, dass man so viel kommuniziert, so ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, sich eher als Mitbewerber sieht und wahrscheinlich auch Leidensgenosse in solchen Zeiten. Aber ich finde, das macht den Charme von Hamburg aus, dass wir hier halt so eine positive, sicherlich noch überschaubare Szene haben, aber wo man so viel an einem Strang zieht und eigentlich eher die Leidenschaft und Liebe zum Bier teilt. Woher kommt diese große Liebe zum Bier? Ja, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, damals 2012, 2013, Anfang der 2010er Jahre in Hamburg, da war das biertechnisch eine kleine Wüste, wenn wir an Vielfalt denken. Und da hätte niemand zu träumen gewagt, dass wir irgendwann heute hier stehen und über sowas wie eine Beer Week, eine fünfte Ausgabe der Beer Week sprechen und über Brauer, die sich toll verstehen und einem an den Strang ziehen und Brauerinnen, die nichts vergessen. Und vor allen Dingen über sehr viele kleine Brauereien. Über sehr viele kleine Brauereien, das ist wirklich toll. Und unser Ziel in dieser Folge ist, zurückzukehren zu den Wurzeln und diese Anfangsstimmung wiederzubeleben und zu zeigen, wie war das damals. Weil wenn man daran zurückdenkt, glaube ich, hat man ein wirklich warmes Gefühl, dass man bis in die heutige Zeit mitnehmen kann. Und wenn wir zurückschauen zu den Wurzeln, müssen wir eigentlich auch ein bisschen weiter zurückgehen als bis in die 2010er Jahre. Eigentlich bis ins Jahr 2005. Denn da war eine Esther Isak de Schmidt-Bohländer, diese Frau mit dem Wahnsinns-Namen. Und die hat damals, 2005, nämlich schon ein Bierfachgeschäft eröffnet namens Bierland in Wandsbek. Eigentlich eine total crazy Geschichte, weil Wandsbek ist keine fancy Gegend. Nein, überhaupt nicht. Genau. Es war so ein Laden im Souterrain, eines Mietshauses. Relativ schmucklos. Aber Esther hatte immer die Idee, dass Bier es verdient hat, nicht in der Ramschecke eines Supermarkts zu stehen. Ja, sie wollte es so ein bisschen wie Wein präsentieren. Und so 2006, 2007 rief Lutz, ein Freund aus Dänemark, Esther an. Und er sagte Folgendes zu ihr. Ja, schöne Geschichte. Er sagte, Esther, nimm dir einen Zettel, schreib dir auf. IPA. IPA. Das ist hier gerade das ganz heiße Ding in Dänemark. Also wenn du das irgendwo kriegen könntest, dann geht es richtig ab. Dahin geht der Markt, sagte er. Und sie schrieb die drei Buchstaben auf und machte sich auf die Suche. Und ihre Suche landete damals in Belgien. Weil in Hamburg war da irgendwie noch gar nichts zu holen. Ja, wir haben mit Esther 2018 in unserer siebten Hopcast-Folge gesprochen. Und da hat sie dann leider kurze Zeit später das Bierland aber schon dicht gemacht. Und das war aber sehr schön. Denn wir saßen dann noch auf einer Holzbank im Souterrain eines Wandsbecker Miethauses, wie du schon beschrieben hast. Esther hat geraucht. Und im Hintergrund irgendwie klingelt immer jemand. Und ich weiß noch ganz genau, wie sie eben ihre erste Begegnung mit Oliver Wesselow beschrieb. Ich weiß zum Beispiel, als ich irgendwann in den Laden kam, sagte Gerrit, der hier manchmal als Aushilfe-Job. Und hier war jemand mit langem Haar. Und der hatte ein T-Shirt, da stand Sierra Nevada drauf. Und der sagte, er heißt Oliver. Und er will hier zurück nach Deutschland kommen und Bier brauen. Und dann haben wir schon viel hin und her gemailt, bevor er überhaupt wieder hier in Deutschland war, Oliver Wesselow. Und die Freude darüber, dass er hierher kommen wollte, die war einfach unbeschreiblich. Also das elektrisiert richtig, wenn man in so einer Wüste unterwegs ist. Und dann, also ich erinnere mich noch, der erste Prototyp sollte probiert werden. Und dann waren wir so eine Gruppe, da waren natürlich viele Kunden von mir dabei. Dann waren wir da im Garten. Und einer flüsterte dem anderen zu. Aber wir beurteilen das wohlwollend, ne? Wenn das vielleicht nicht schmeckt, das sagen wir aber nicht. Und dann waren wir so froh über dieses tolle Bier. Ihr musstet nicht mal lügen. Wir mussten nicht mal lügen. Sondern wir waren einfach nur hin und weg und haben das Auto gleich vollgeladen und ab in den Laden damit. Toll. Ding Dong. Genau. Das Prototyp, ein kalt gehopftes Lager, ein IPL sozusagen, ein India Pale Lager, war das erste seiner Art in Deutschland damals. Und Esther hat, nachdem sie den Laden aufgegeben hat, ist sie nach Wittenberge gezogen und predigt dort aber auch noch das Bier, soweit ich weiß. Oh ja, sie predigt das Bier. Und wir haben sogar noch ein Buch zusammengeschrieben mit Sinje und André Krüger, Sinje Nikolaisen, André Krüger und ganz viele Bierfreunde und Freundinnen haben da Texte zusammengeworfen. Unser täglich Bier gibt uns heute, heißt das. Genau. Und Oli Wesselow, den hat es 2027 in den Süden gezogen. Er ist aber immer noch Gesellschafter von Kehrwieder und entwirft auch noch Rezepte, falls Bedarf ist. Und ja, Julia Wesselow macht jetzt den Laden alleine mit Konstantin Bölk, dem Brauer an ihrer Seite. Und sie erinnert sich auch noch gut an damals. Also es war schon so eine Aufbruchsstimmung. Also wir sind ja aus den USA zurückgekommen und da war ja Craft Beer schon völlig gesetzt und normal. Und wir waren immer noch so voll dieser Begeisterung von der Vielfalt und kamen nach Hamburg. Und dann gab es so erste Pflänzchen, wie jetzt auch Razzian hat er ja gerade neu aufgemacht. Oli hatte damals ja das Suthaus selber gebaut. Und das stand dann irgendwie auch rum und wir hatten keinen Standort. Und dann ist er mal nach Dänemark gefahren, hat da das erste Prototyp gebraut. Und als wir 2014 den Standort hatten, war unser Prototyp schon viel zu groß für dieses Suthaus. Sodass wir immer, ich sag mal, parallel gefahren sind und in Nittenau gebraut haben, aber eben auch immer in Sinsdorf auf dieser selbstgebauten Anlage. Das hat auch gut funktioniert. Da haben wir viele Spezialitäten gebraut. Das hat, glaube ich, auch der Biervielfalt und der Szene gut getan, weil er ja auch ein sehr kreativer Kopf war. Er hat dann irgendwann auch mit den Fassreifungen angefangen. Und 2015 ist dann, glaube ich, ich sag mal für uns der Knoten geplatzt mit dem alkoholfreien. Und wieder ein Trend gesetzt, in dem Olli die träge, bocklose Hefe aus dem Hut gezaubert hat, die schnell zuckermüde ist und sehr früh ihren Job aufgibt, sprich, die nicht den gesamten Zucker in Alkohol verarbeitet und dann einfach in Dienst einstellt. Chapeau, Olli Wesselow. Das Ünen wurde geboren und das ist bis heute ein Kassenschlager und wirklich ein richtig gutes alkoholfreies Bier. Und einer, der zu Beginn im Team Kehrwieder war und das besagte Prototyp mitentwickelt hat und der dann vor sieben Jahren seine eigene Brauerei in Wilhelmsburg geöffnet hat, ist Fiete Matthies. Sein Wildwuchsbrauwerk ist Hamburgs erste und einzige Bio-Brauerei und am 7. September, also ziemlich bald, feiern Jule und Fiete ihren zehnten Geburtstag, also den zehnten Geburtstag von Wildwuchsbrauwerk, nicht ihren zehnten Geburtstag. Die sind ein bisschen älter. Und dürfen auch schon Bier trinken. Und Fiete macht auch verdammt gutes Bier. Ich mag sein schlankes, nach wie vor immer noch sehr gern. Und sein Bock Orange solltet ihr probieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wie hat denn Fiete damals die Zeit erlebt? Definitiv. Vor zehn Jahren waren, wenn man sich die Zeitungen anguckt, alles voll. Jeder hat eigentlich über Bier berichtet. Und alle waren voller Vorfreude. Wir haben gerade letzte Woche mit Nils Timmern zusammengesessen, haben ein paar Bierchen probiert und gesagt, ey, sowas haben wir vor zehn Jahren eigentlich wöchentlich gemacht. Und das findet man heute eigentlich weniger so. Dass diese klassischen Craft Beer Days, wie sie ja genannt wurden oder auch immer noch genannt werden, teilweise, die sind doch sehr zurückgefahren. Das war vor zehn Jahren komplett anders. Eigentlich haben alle Bier gewollt. Ich mag Fietes Lache so gern. Ja, und alle, die Bier gewollt haben, sind damals zu Ratsherren ins alte Mädchen gegangen. Das war natürlich wirklich echt richtungsweisend. Das erste Braugasthaus seiner Art in Hamburg. Und Axel Ohm war derjenige, der das Craft Beer damals noch für das alte Mädchen mit nach Hamburg geholt hatte. 2017 wiederum hat er zusammen mit Patrick Rüther das Überquell am Hamburger Fischmarkt eröffnet. Und damit die neapolitanische Pizza quasi nach Hamburg zum Bier gebracht. Auch eine sehr, sehr schöne Kombi. Für Patrick und Axel ist die Inszenierung vom Bier auch gerade in Verbindung mit Speisen und einem schönen Ambiente auch immer ein ganz wichtiger Fokus, den sie setzen. Patrick ist ja auch ein Fachmann. Und zwar ein Fachmann für Erlebnisgastronomie. Er hat zum Beispiel mit Tim Melzer zusammengearbeitet und die Bullerei mit hochgezogen. Und ich würde sagen, mit Axel und mit Patrick haben sich wirklich zwei gefunden. It's a match, kann man sagen. Wie hat denn Axel Ohm die Zeit damals Anfang der 2010er in Hamburg erlebt? Er war einer von mehreren, die eine Idee hatten, Bier anders zu inszenieren. Craft Beer war damals der Begriff, stimmt. Wir haben mit dem alten Mädchen damals Dinge gemacht, die außergewöhnlich waren, man so vielleicht nicht kannte. Und haben ein Jahr vor der Öffnung des alten Mädchens die erste Craft Beer Veranstaltung in Hamburg überhaupt auf die Beine gestellt. Mindenhof, Baustelle. Und das war rückblickend nach wie vor so ein totales AHA-Erlebnis. Und natürlich auch totaler Pioniergeist, wahrscheinlich. Also jetzt, wir machen sowas richtig Neues und sind da an was dran und das startet richtig durch. Na klar war die Idee, etwas zu machen, was es natürlich schon im Ausland gab. Ich habe vorher lange in Südafrika gelebt oder in anderen Ländern der Welt gesehen, wie das Thema Craft Beer überhaupt zum Thema sich entwickelt hat. Und ja, das Schöne war, dass wir uns einfach den Freiraum genommen haben, sowas umzusetzen. Und 1100 Hamburger an diesem ersten Zwerg das angenommen haben. Und von daher war klar, wow, hier haben wir was angestoßen, was wirklich auf Interesse stößt. Und was ja, auch neues Erlebnis war, Trinkerlebnis, neue Gläser, neue Formen von einer Verbindung, Vielfalt, Menschen, die auf einmal hinterm Tresen identifizierbar waren und nicht Promo-Girls, sage ich mal, vom Supermarkt und und und. Das waren so viele Bilder, die damals entstanden sind und die irre Spaß gemacht haben. Und das Gefühl danach, ja, wir haben echt was angestoßen. Das hat eine Perspektive. Schön, dass zumindest die Hamburger offen sind für sowas. Und toll, dass auch andere Leute sich dafür begeistern, die extra dafür angereist sind. Ja, und einer, der das auch hautnah miterlebt hat, war Maximilian Mahner. Heute Teil von dem Bierverlag Brausturm und dem Fachgeschäft Beyond Beer. In Hamburg der absolute Hotspot für echte Bier-Nerds und eine Oase für Fans bunter Dosen, gerne mal mit Hazy IPAs drin. Der Laden hat 2015 in der Weidenallee in der Schanze aufgemacht. Den Bierverlag Brausturm haben sie ein Jahr davor schon gegründet. 2016 haben sie dann bereits einen Online-Shop dazu noch gemacht. Das hat ihnen natürlich auch während der Pandemie geholfen. Ja, das wissen wir ja noch aus den Interviews, die wir damals geführt haben. Wer einen funktionierenden Online-Shop hatte, war da natürlich ganz weit vorne. Max Vita ist tatsächlich sehr spannend. Und wenn ihr mehr über ihn erfahren möchtet, hört doch in den Podcast rein, den wir mit ihm gemacht haben. Und wir werden für Supporter, also der Podcast ist tatsächlich noch aus Pandemiezeiten der eine, den es gibt. Und wir haben jetzt auch noch ein längeres Interview mit ihm aufgenommen, was wir dann sukzessive auch noch veröffentlichen werden. Und das heißt, ich war schon seit 2011, 2012 so ein bisschen drin, weil ich auch hobbymäßig Bier gebraut habe. Und bin dann aber, habe dann eben 2012 mich beworben, wohin bin dann 2013 nach Hamburg gezogen. Und da war es tatsächlich so, zu der Zeit hatte Razzia gerade so ein Rebranding hinter sich von so einer eigentlichen klassischen Pilzbrauerei, die sie jetzt wieder so ein bisschen geworden sind. Das war damals nicht so. Damals war es komplett gerade ein Rebranding mit Pilz, Rotbier und Pale Ale. Das waren diese drei Sorten, die es im Sortiment gab. Und man hatte sich praktisch komplett gerebrandet. Das war wenige Monate vor Eröffnung des alten Mädchens in Hamburg. Und das war die totale Aufbruchsstimmung. Also beziehungsweise eigentlich war das so eine Keimzelle dieser Aufbruchsstimmung auch in ganz Deutschland. Das kann man schon so sagen, weil tatsächlich das Thema vorher sonst gar nicht groß von Relevanz war. An dem Siedepunkt sozusagen alten Mädchen, Schanzenhöfe sozusagen, da ist ein bisschen auch so ein bisschen die Quelle, weil natürlich da dann alle hingepilgert sind. Und so war es auch damals, ich weiß es auch da anzukommen. Und dann waren da gerade diese, der Vorführungsraum neu gestaltet. Das war viel Holz, viele alte Bieretiketten, Hamburger Biergeschichte, viele Bierflaschen, die da rumstanden aus der ganzen Welt mit Bierstilen. Und da ist man morgens hingekommen und war total gehypt, weil alle Leute, die dann da hingepilgert sind, sozusagen auch total geflasht waren. Also jede Brauereiführung vor zehn Jahren, da gab es noch nicht dieses Verständnis für, was ist Paydell, was ist IPA, was sind das für Aromen, wie kommt das ins Bier? Sondern da war jeder, der kam, den hast du da abgeholt. Und so, dass das so, wie jedem, der irgendwie noch sein Feuer mit einem Feuerstein angemacht hat, hast du dann Feuerzeug vorgeführt, so ungefähr. Ja, altes Mädchen, das war schon sehr beeindruckend. Ich glaube, ich war 2014 das erste Mal da. Und total in Erinnerung geblieben sind noch diese quasi gekühlten Rinnen, wo man die Biere reinstellen konnte, wenn man da direkt am Tresen gesessen hat. Das fand ich super beeindruckend. Eine Zeit lang sind wir nach Spaziergängen sonntags auch dort gerne gelandet, nach den Spaziergängen. Das war gerade im Winter drin, sehr kuschelig und man konnte da an diesem Tresen sitzen. Der ging ja auch einmal rundherum sozusagen, das war ja so ein Viereck. Und das Bier stand dann eben in dieser besagten Küre und das war schon irgendwie ganz toll, weil das so neu war und damals ja auch noch nicht so überlaufen, wie es an einigen Tagen heute ist. Das stimmt. Und da habe ich auch das erste Mal die Erfahrung gemacht, dass ich so, keine Ahnung, schon diverse, sehr stark hopfige Biere getrunken hatte, so IPAs und sowas. Und dann habe ich einen Zwickel getrunken und das schmeckte total scheiße. Also das schmeckte wirklich nach überhaupt nichts, also auch nicht so, wie es sollte halt. Also das wusste ich damals schon. Und dann bin ich aber aufgeklärt worden, dass man das quasi, dass ich ja rückwärts getrunken habe, wenn man so will, und dass das so einfach nicht funktioniert. Lernen in der Praxis. Lernen in der Praxis, genau. Lernen durch Erfahrung. Genau. Aber lass uns doch mal jemanden fragen oder zu Wort kommen lassen an dieser Stelle, der eng verbunden ist mit der Marke Ratzern und mit dem altes Mädchen. Nämlich mit Niklas Nordmann, der seit rund anderthalb Jahren Geschäftsführer ist von Ratzern. 2018, glaube ich, das erste Mal kennengelernt haben. Richtig. Und der hat das Ganze natürlich auch begleitet, auch wenn er jetzt erst seit 1,5 Jahren Geschäftsführer ist. Das ist ein Familienunternehmen, nicht? Also insofern kann er sich auch an den Anfang erinnern. Ich habe das damals gar nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Also ich war ja dann noch im Abi und habe gedacht, oh, was passiert da? Also ich habe da ja auch gar nicht mitgewirkt zum Start, muss ich sagen. Ich war noch in Stralsund, weit entfernt, und habe mein Abitur gemacht und habe das nur so ein bisschen mitverfolgt. Und ja, habe das erst mal gar nicht so richtig wahrgenommen oder wusste nicht, was das ist, weil ich auch nichts jemals von Craft Beer oder sowas gehört habe. Also für mich gab es eben auch nur die bekannten Marken. Und dann bin ich aber 2013, genau, nach dem Abitur dann, habe dann in Kanada gearbeitet, bin durch die USA gereist und habe dann auf eigene Faust dann gesehen, was eigentlich dieses Craft Beer ist, was dahinter steckt. und habe dann wirklich eine Brauerei nach der anderen abgeklappert. Ich war, glaube ich, dann bei 30, 40 Brauereien an der Westküste, habe dann auch oftmals die Leute direkt zu schnappen bekommen und habe mich dann total für das Thema irgendwie begeistert. Und als ich dann zurückgekommen bin, da war ich dann voll into it und habe mich dann versucht, auch ein bisschen einzubringen. Und konntest du dann auch besser verstehen, was deine Familie da in Hamburg treibt? Ja, also genau, so ist es eben. Mein Vater, der hat das schon ein bisschen früher gehabt, das Erlebnis. Der ist nämlich durch Italien damals auch mitgereist. Und da hatten die so diesen Aha-Moment einmal. Dann haben sie sich auch angeschaut, was Bier alles kann. Und wir fanden das schon immer, glaube ich, in der Familie auch wichtig, dass Bier so einen Wert bekommt oder das Bier auch nicht so zum Aktionspreis irgendwie rausgehauen wird, sondern dass es wirklich eine Wertigkeit hat, spannend ist und eine Vielfalt da bietet, weil wir selber leidenschaftliche Biertrinker sind bei uns in der Familie. Und genau, das war dann für ihn der Aha-Moment. Aber ich konnte es zum Start noch nicht ganz begreifen. Und das war im Rückblick natürlich Wahnsinn, was das auch für ein mutiger Schritt war, weil die Branche einfach viel konservativer war. Und alle haben auch innerhalb der Brauerei damals gesagt, was ihr da macht, das verstehen wir nicht. Und das können wir auch nicht nachvollziehen teilweise. Ratsherrn ist heute mit einem Ausstoß von über 50.000 Hektoliter im Jahr die größte inhabergeführte Brauerei in Hamburg, gefolgt von Landgang. Die eröffnete, anfangs noch unter dem Namen Hopperbräu, 2015 in Hamburg-Altona. Ich habe die tatsächlich schon vorher entdeckt, bevor sie die eigene Brauerei hatten. Lustigerweise hatten die nämlich einen Stand in der Rindermarkthalle. Und wenn ich mit meinem Sohn beim Kung Fu war, beziehungsweise er war beim Kung Fu und ich hatte anderthalb Stunden Zeit, habe ich da immer gesessen und ein paar Bierchen getrunken. Das war immer total nett. Du warst sehr traurig, als Sie zugemacht haben. Da zugemacht haben und da sind ja nicht weit weggezogen, aber zumindest war so mein Spaß da immer in der Zeit, wo er beim Kung Fu war. Glücklicherweise hat er danach ja kurz danach auch das Kung Fu Erlebnis aufgegeben. Ja, eine Zeit lang hat er das noch durchgezogen, aber es war alles nicht mehr dasselbe. Das war nicht so schön, genau. In Altona haben Sie eine große Halle mit einem Brewpub drin. Und ja, man konnte da sein Bier quasi direkt neben dem Tank trinken. Kann man heute auch noch. Das war damals halt für Hamburger Verhältnisse ziemlich neu, das Bier halt so erlebbar zu machen, sich das alles genau anschauen zu können, wie das da halt so frisch gebraut wird. Sowas findet man ja zum Beispiel auch noch in Kiel bei Lillebräu. Oder wir waren ja in Bremen gerade bei Hopfenfänger. Das ist ja auch so. Und im ersten Jahr von Landgang hat Sascha Bruns, Mitinhaber und Chefbrauer, ja quasi erste Versuchssude gemacht. Und 2016, wie gesagt, hat er die Brauerei aufgemacht. Anfangs unter dem Namen Hopperbräu, später halt Landgang, weil da gab es so kleine Konflikte mit Hoppebräu in Bayern. Die gab es nämlich schon länger. Und der heißt ja auch noch so. Schlechte Argumente. Genau. Und heute sagt Sascha, würde er die Gastronomie von Beginn an größer planen. Was sie ja in Kiel zum Beispiel gesagt haben bei Lille, dass das das Ding war, was für sie ganz wichtig war. Ja, die kamen später, die konnten schon lernen. Genau. Aber hören wir uns doch mal an, was Sascha über die Anfangszeit der Craft Beer Bewegung in Hamburg zu erzählen hat. Das Gefühl war ein Gemisch aus vielen. Ich glaube, ein großer Teil war Naivität. Dann natürlich Schaffenslust und Kreativität. Also war schon sehr, sehr viel Bock. Das Gefühl 2015 war okay, Craft Beer wird die Welt verändern, definitiv. Kann man so oder so bewerten jetzt im Nachhinein. Dann natürlich war mir, als ich die Rezepte gemacht habe und als wir die ersten Lugensude gemacht haben und als die ersten Nicht-Freunde und Familie das Bier getrunken haben, war mir ganz ehrlich ziemlich mulmig. Ja. Also ich dachte, oh Gott, die trinken das jetzt wirklich. Aber was sich von damals bis heute eigentlich nicht großartig gern hat, ist die Freude daran, die ich verspüre dabei. Das ist Gott sei Dank gleich geblieben. Aber wie gesagt, am Anfang sehr viele gemischte Gefühle. Ich kann mich noch daran erinnern, an den Tag vor der Eröffnung, also vor dem allerersten Brauereifest, stand ich morgens in der Dusche und meinte zu meiner Freundin, ich will da nicht hin. Tatsächlich? Da ist gleich ein Panikmoment. Weil du Angst gehabt hast, dass es nicht funktioniert? Ja, glaube ich, aus diversen Gründen. Einfach so ein bisschen, man nennt das ja Imposter-Syndrom, dass du irgendwie dachtest, heute fliegt der ganze Schmied auf. Heute explodiert alles. Dabei waren Sude im Tank, war abgefüllt, alles lief, wir hatten vorher so ein Soft-Opening, das hat auch alles halbwegs gut funktioniert, also wie so ein Soft-Opening halt funktioniert. Hier und da hakt es immer noch. Und genau am Tag, als es dann wirklich losgehen wollte, war jetzt, boah, nee. Einer, der im selben Zeitraum aktiv wurde, war einer, der jetzt nicht gerade zu den Superlativen neigt, aber ebenfalls voller Tatendrang steckte. Simon Siemsglüs von Buddelschip. 2014 braute er das erste Mal in seiner Brauerei in Hamburg, aber seine ersten Biere verkaufte er erst mal nach Hongkong, bis er den heimischen Markt dann doch lieben lernte. Inzwischen ist die Brauerei in Hamburg geschlossen und Simon, seine Frau Nienke und die zwei Kids sind aufs Land Richtung Bremer Förde gezogen und arbeiten dort daran, eine Brauerei zu eröffnen und bauen da auch eine neue Marke auf, nämlich Lost Horizon, wo sie so Farmhouse-Ail-Geschichten machen wollen. Ganz tolles Projekt, auch dazu gibt es einen Podcast. Mit der Bar Orlam haben sie aber immer noch einen Brew-Pop in Hamburg und zwar in der Neustadt. Und lass doch mal Simon fragen, wie er das Ganze so erlebt hat. War erst mal spannend vor allen Dingen, weil man ja so ein bisschen ins Blaue geschossen hat und eigentlich noch gar nichts existierte so in der Art. Und bei mir waren das auch alles sehr Erfahrungen aus dem Ausland. und insofern war man da sehr euphorisch, irgendwie wie das Ganze laufen wird. Und natürlich umso mehr, dass ich die eigene Brauerei hatte und da direkt das machen konnte, was ich wollte, beziehungsweise meine ganzen eigenen Ideen umsetzen konnte. Das war spannend. Das Sortiment war natürlich jetzt sehr ähnlich, was ich da in Hongkong gemacht habe oder in Hamburg, weil das einfach auch meine, ja, im Prinzip das, worauf ich Lust hatte war, an Bieren oder was ich selbst gut fand. Und Schwarzbier war natürlich dann auch direkt dabei. Und die Core-Range, in Anführungsstrichen, die ich ja jetzt auch immer noch habe, war eigentlich auch das, was als erstes rauskam, so für Buddelschip, Schwarzbierpilz, IPA, Pale Ale und dann gab es noch den, natürlich den blanken Hans und roten Klinker, so wie das Brügge und das Gotland Porter. Das waren so die acht Biere, die eigentlich für mich so, die ich eigentlich immer irgendwie da haben wollte. War halt noch eine andere Zeit. Da gab es das noch nicht mit New England und diese ganzen, ja, dieses immer wieder was Neues rausbringen, das war da noch gar nicht so existent als Thema. Deswegen war eigentlich mein Fokus relativ, eine schöne Bandbreite an verschiedenen Bierstilen zu haben, die alle irgendwie einen Bezug hatten zu Hamburg. Jemand, der ebenfalls genau die Biere braute, auf die er Bock hatte, war Ian Faulkner von Simeon Ales. Und er steht an dieser Stelle für eine andere Form von Craft-Bruern, für die Autodidakten, die Heimbrauer. So um das Jahr 2010 begann der Brite Ian Faulkner mit Begeisterung Bücher über das Bierbrauen zu lesen und dem Alles-Elbe bei Jennifer Robinson Chouré auf St. Pauli braute er dann seine Balduin-Ales. Das war richtig schön da, aber leider ist die Bar heute geschlossen. Ians Biere kamen damals richtig gut an und bald stand er mit Ian Peil an der Mikrobrauanlage von Ratsherrn und bastelte an dem Old Drifter einem English Barley Wine. Man kann sagen, es wurde langsam ernst mit dem Bierbrauen und im Jahr 2018 wurde aus markenrechtlichen Gründen der Name Balduin-Ales dann zum bekannten oder zum heute bekannten Simeon-Ales. Er zog nach Emshorn und braut dort das beste britische Bier im Norden Deutschlands. Noch, denn Ende des Jahres zieht er mit seiner Familie nach Nordrhein-Westfalen. Er ist nicht der einzige Heimbrauer, der zum Brauerei-Inhaber wurde. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Nicole Rentsch zum Beispiel öffnete der ehemalige Filmemacher Niki Jani 2015 in Altserdorf die Brauerei Circle 8. 2023 schloss er sie. Noch so ein Kandidat ist der Doktor der Mathematik und Brewpub-Betreiber Francesco Ludovici. 2013 startete er mit Freunden die Biermarke Bireficio Shanghai. Vor sechs Jahren folgte das Malto in Altona. Das ist bei uns direkt um die Ecke und tatsächlich ja unser Stammpub, kann man sagen. Oh ja. Hier ist mittlerweile auch seine Brauerei beheimatet. Ian Folkner und er haben anfangs sogar zusammengebraut und sind beide befreundet. Wir haben sie ja beide vor kurzem erst in einem Podcast gemeinsam zu Gast gehabt, weil sie nämlich beide Sechsjähriges gefeiert haben. Menschen wie Francesco, Nikhil und Ian haben internationales Flair nach Hamburg gebracht und wirklich fantastische Biere gebraut. Sagt zum Beispiel auch Max Mahner. Den kennt ihr ja schon. Meine Lieblingsbrauerei ist, die ist gar nicht in Hamburg, aber die ist nicht so weit weg. Das ist Simeon Aids. Und das heißt, Ian ist auch so ein kompletter Charakter so, der ist irgendwie, wenn der mal zu hart auf Instagram unterwegs ist, dann ist der wirklich, dann ist der komplett, da muss der alles kommentieren und auch, hast du nicht gesehen. Der braut aber einfach, das muss man auch sagen, das geilste Bier. Also es ist wirklich eine Qualität und auch unglaublich. Und hätte der, ich denke mal, hätte er diesen Laden in Hamburg, hatte er auch mal, er hat ja auch mit Francesco, ich glaube, haben die das Malto auch am Anfang zusammenbetrieben eigentlich? Nee, das haben sie nicht. Das Shanghai-Kollektiv. Genau, da war er ganz am Anfang, glaube ich, mit drin und er war ja mit Circle 8, mit Nikhil. Ja, da war eine Woche oder so. Ja, genau. Das hat er auch nicht so lange gehalten. Ja, klar, ich glaube, das zeigt auch, dass er ein spezieller Charakter ist. Aber ich glaube, am Ende ist doch wieder alles lieb und da denke ich mir halt so, boah, so ein Laden irgendwie, der hat fast was von so einem Colonel in London. Wenn der irgendwie eine geile Location in der Stadt hätte, so das wäre, unternehmen vielleicht noch einen Typen, der Käse macht und einen Bäcker oder so, das wäre so richtig, das ist das kulinarische bei Rudardreieck, so ungefähr. Aber der ist halt in dem Thor und das ist der Fett, also ich bin da nie hingefahren. Wer ist das? Zu far off oder so und das finde ich halt immer ein bisschen schade, dass man halt sagt, okay, der geht auch so einen netten Weg mit seinen Bieren, also der guckt jetzt nicht, dass er am Supermarkt kommt mit einem Helm und einem Mexikel-Lager und einem Radler, sondern, also damit meine ich jetzt nicht Landgang, sondern Landgang und Radzent. Also das ist, wo man sagt, okay, das ist so der, der vielleicht einfachste Weg, sondern, der macht dann einfach sein Ding, wo er viel Bock hat und wenn er einen Bitter brauchen will, dann macht er das. Das hätte der Stadt, glaube ich, ganz gut getan und da würde ich, also das ist mein Wunsch, dass vielleicht nochmal jemand in die Stadt kommt und das genau in der Stadt macht. Das ist schon ein bisschen der Blick nach vorne, aber diese Wunschliste passt hier einfach zu schön rein, finde ich und ich muss Max Recht geben, ich trauere auch ein bisschen darum, dass RA nach NRW geht und er hat da aber schon, also Ian hat da schon eine Halle gefunden und wird Simeon Ales dort wohl auch wieder betreiben. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, das beruhigt uns alle, aber so eine geile Bar in Hamburg, wo er seine Biere verkauft, das wäre natürlich der Kracher. Aber im Gegensatz zu Max sind wir ja auch das ein oder andere Mal nach eben vorgefahren, nicht wahr? Ja, das stimmt. Okay, die Hobbybrauerbewegung, die war von Anfang an stellen wir fest ziemlich wichtig für Hamburgs Bierwelt und so mancher Hobbybrauer hat ein mehr oder weniger veritables Bierunternehmen auf die Beine gestellt. Jens Hinrichs zum Beispiel ist ja auch ein Heimbrauer, ne? Ja. Den haben wir ja auch schon gehört, Bundhausgründer und Mitinitiator der Hamburg Bierweg. Seine Brauerei hat einen eigenen Taproom, der liegt im Verdüsungsgebäude neben dem ehemaligen Wasserwerk, im Inselpark, mitten im Grün. Also im Sommer kann man da wirklich toll hinradeln. Das Verdüsungsgebäude, so, so. Ja. Im Sommer kann man toll hinradeln. Im Grunde, sagt Jens, hat er sich hier seine eigene Kneipe gebaut. Und donnerstags und freitags haben sie dort auf, ausgesuchte Öffnungszeiten. Also jetzt hat Familie und einen Hauptjob und insofern hat man da nicht täglich auf. Familienleben muss ja auch sein, sagt er. Und die kann nicht nur in der Bar stattfinden. 2017, im Herbst, eröffnete Bundhaus dort. Und ich weiß noch, dass Daniel Elich, der Biersommelier bei Ratsherren zu der Zeit war und eine Bierkolumne in der Szene Hamburg hatte, die ich auch unter anderem betreut habe zu dem Zeitpunkt, weil ich damals dort gearbeitet habe, diesen Ort so sehr geliebt hat. Daniel lebt heute in Kiel. Ich glaube, der macht gar nicht mehr so viel mit Bier beruflich. Ich glaube, der ist genau aus diesem ganzen Gastro-Ding komplett raus. Ich glaube, ja. War für uns aber auch eine sehr wichtige Bierpersönlichkeit am Anfang, weil der ist ja auch in unserem allerersten Podcast dabei. Den kannten wir ja auch schon vorher durch diese Deine Connection mit der Szene Hamburg. Und der war auch ein ganz treuer Hörer immer die ganze Zeit. Das hat uns natürlich dann auch total motiviert, dass dann so quasi so ein Star wie Daniel Ehrlich großer Fan davon war. Absolut. Ja, insgesamt waren ja auch wir vollkommen hingerissen von dieser Szene und haben diese Aufbruchsstimmung, auch wenn wir jetzt erst 2017 mit dem Podcast dazu gestoßen sind, ja seit 2015 auch miterlebt. Ja. Und das war schon wirklich ansteckend. Jemand, der allerdings noch voll drin ist, obwohl der einen Hauptjob hat, ist eben nach wie vor Jens Hinrichs. Und wir haben ja schon gehört, was er zu Beer Week sagt, aber so richtig, was er zu der damaligen Zeit gesagt hat, wie sich das anfühlte, haben wir noch nicht gehört. Und ich finde, jetzt ist es Zeit, Jens Hinrichs noch mal zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, ich war voller Tatendrang. Ich habe das ja zusammen mit Jens und Jakob damals gestartet, hatte da Jens auch relativ früh kennengelernt und war auch so ein bisschen, hatte so einen kleinen Crush, so einen Man-Crush auf Jens und hatte irgendwie Lust, mit ihm was zusammen zu machen. Von daher war das schon so eine Zeit, wo wir dachten, okay, wir können jetzt hier irgendwie was bewegen, was Besonderes machen, was etwas machen, was es noch nicht gibt oder was es vielleicht in dem Sinne noch nicht gibt, auch hier in Wilmsburg was Neues zu machen. Das waren so die Gefühle, die ich damals hatte, ja. Ja, und genau wie wir eben halt Daniel Elig erwähnt haben, gab es natürlich auch Persönlichkeiten, die diese Szene geprägt haben, die eben halt nicht eine Brauerei hatten. Also zum Beispiel denken wir mal an Sophia Wenzel. Die ist ja auch in einem sehr frühen Podcast von uns gewesen, die ja auch irgendwie so eine der frühen weiblichen Biersommeliers in Hamburg war. Sehr präsent, große Medienpräsenz auch und weil die einfach eine sehr ansteckend positive Art hatte und auch eine tolle Art und Weise hatte, Bier zu erklären. Das war so wunderbar niedrigschwellig und das mögen Medien ja und sie hat auch wirklich Ahnung. Total. Das war wirklich fantastisch und war total bierverliebt und sie hatte auch noch diese tollen Fotos von Anatole Kotte. Das war auch echt der Kracher, dieser Auftritt. Ganz, ganz toll. Sie ist inzwischen ein wenig abgetaucht. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was sie jetzt derzeit macht. Sie hatte ja diese Marke Lotsekorn noch. Ja, genau. Eine Kornmarke. Der war auch, ich bin überhaupt kein Korn-Fan, aber man kam ja nicht dran vorbei, man musste ihn probieren, wenn man sie getroffen hat in der Zeit und ich muss sagen, es war eigentlich sogar ein ganz guter Korn. Also er war ein bisschen milder und ich erinnere mich an eine Feier bei uns, da haben Menschen den den ganzen Abend getrunken, die jetzt auch sonst nicht zu Korn trinken neigen. Stimmt, ja, ja. Also wir haben auch noch einen Rest hier stehen bei der nächsten Party, geht der dann hoffentlich weg. Irgendwie war so, harte Sachen sind ja nun gar nicht so unsers, aber... Irgendjemand finden, der das ausdrinkt. 2022 hat sie diese Marke aber verkauft und jetzt ist es ein bisschen still um sie geworden. Sophia, wenn du das hörst, ganz, ganz liebe Grüße an dich und wir haben uns so gefreut, dass auch du uns damals unterstützt hast und sofort Ja gesagt hast, als wir angefragt haben, ob du mitmachst, zum Beispiel bei unserem Live-Podcast mit Peter. Ja, das war echt ganz, ganz toll. Also fühlten wir uns voll geehrt, dass so ein Star da sozusagen dabei ist. Aber neben den Brauern und Bier-Sommeliers gibt es ja noch eine dritte Gruppe von Menschen, die ganz entscheidend waren, nämlich Gastronomen. Ja. Haben wir natürlich auch schon welche gehabt, die das halt so in der Kombi hatten, aber es gibt auch welche, also sprich, die irgendwie quasi Braupaps betrieben haben. Aber es gibt eben auch Leute, die ja einfach so Gastronomen waren, nämlich zum Beispiel Gerrit Lerch, der Inhaber der Schanzenbar Galopper des Jahres und der war also auch ziemlich wichtig. Der war wirklich wichtig, weil der von Anfang an auch so begeistert war und diese Bierbewegung sehr stark unterstützt hat. Und es gab ja eben einige, die eben keinen eigenen Brewpup hatten, die später dann einen eigenen bekommen haben, weil sie gemerkt haben, wie wichtig das ist. Es gibt welche, die haben bis heute keinen und es ist aufgrund der Gastroverträge ja wirklich schwer, sein Bier an den Haaren zu bringen. Und Gerrit war einer, der da echt viel möglich gemacht hat. Und zum Beispiel Fiete hat erzählt, dass er auch am Anfang ja auch eine Zeit lang bei Gerrit gearbeitet hat und deswegen auch wusste, dass er halt einen Pilz machen muss. Deswegen war sein erstes Bier ja bei Wildwuchs Craft Beer untypisch ja halt sein Fast Mocha-Pilz, weil er halt gemerkt hat, die Leute kommen in die Bar und dann gibt es halt eben Leute, die sagen, ich will ein Bier und wenn du dann sagst, was für ein Bier, dann überlegen die, keine Ahnung, ist so viel, gib mir mal einen Pilz. So und die muss man abdecken können. Siehst du, auch da wieder in der Praxis gelernt. Ja. Diese Orte sind eben extrem wichtig gewesen, gerade am Beginn, weil so die Craft Beer Bar zum Beispiel von Michael Solms, die kam erst 2019 nach Hamburg. Dann gab es so diesen kleinen, großartigen Leuchtturm, nämlich das besagte Alleselbe auf St. Pauli in der Heinheuer Straße, ganz toller Laden. Das gab es schon 2014, das hat die Bierkultur angefeuert und dann später kam dann auch noch sowas wie Brewdog dazu, die zumindest Gasthähne hatten oder eben das Malto, die ja auch immer Gastbiere haben, aber die kamen alle so, ja, ich sag mal so 2018, 2019 grob nach. Und am Anfang war da wenig, deshalb sind Leute wie Gerrit wirklich sehr wichtig und er steht exemplarisch für eine Reihe von Gastronomen, die sich früh für diese lokale Biere, für die lokalen Biere interessiert haben und ich finde, lass mir Gerrit doch mal zu Wort kommen. Mann, am liebsten würde ich jedem einzelnen Brauer, den ich gerne habe, sein Bier abkaufen, aber ob das dann am Ende noch als geschäftstüchtig bezeichnet werden könnte, das steht dann zur Debatte. Also eben, ich befürchte, das geht halt immer nicht. Ja. Ich bin irgendwann in ein Dorf gezogen, das nennt sich Grönwold und da gibt es eine kleine Brauerei. Die nennt sich Grönwolder. Die nennt sich auch Grönwolder, genau. Und bei Thorsten Schumacher, der macht den Laden ja da, bei dem habe ich einen Braukurs mal gemacht und da habe ich mir so überlegt, Mensch, eigentlich müsste man noch mit diesen kleinen Brauereien viel mehr machen. Und ich mache ja schon ein paar Jahre länger Gastronomie, also so seit 98 und habe mich im Prinzip lange Jahre überhaupt gar nicht so mit der ganzen Biervielfalt auseinandergesetzt, muss man ehrlich sein. Also da gab es Astra, Becks und wir waren schon ganz weit vorne, weil wir einen August Diener schon 1999 aus der Flasche hatten oder ein Rothaus Tannenzäpfle, ja, aber eigentlich nur helle Lager, Pilsner. Das war Archivmaterial, denn wir haben einen Podcast mit Gerrit Lerch gemacht und wir hatten anlässlich dieser Folge ihn noch mal kontaktiert, aber er war leider krank und insofern haben wir auf diesen Podcast zurückgegriffen, wo er aber wirklich schon klar formuliert, was ihn a. zum Bier gebracht hat und b. wie gern er diese ganze Braubewegung noch hat, da steckt wirklich Leidenschaft dahinter und Hamburg war eine Keimzahle für Craft Beer, aber wir haben gerade eben gehört, auch auf dem Dorf, nämlich in Grönwold, brodelt es anscheinend schon bereits in der Sudpfanne und Gerrit und Dani, seine Frau, haben das Galopper inzwischen nach Eimsbüttel verlegt, ist wirklich sehr schön, wenn ihr da mal unterwegs seid, guckt da mal rein, gibt gute Pizzen oder gute Pizzas und feines Bier nach wie vor, lokale Biere und er hat uns geschrieben, weil wir ihn ja nicht persönlich sprechen konnten, es ist nach wie vor zählbar, dass ich bei persönlicher Anwesenheit und mit meiner persönlichen Lust an diesem Thema Bier deutlich mehr von den Extra-Bieren verkaufe als mein Personal. Also, es ist immer noch wichtig, dass der Mensch, der das Bier verkauft, eine Ahnung hat und diese Geschichte des Bieres erzählt. Ja, das erzählen ja alle immer wieder, dass man eigentlich irgendwie, ja, deswegen natürlich auch die Bier-Sommeliers am Anfang, die halt diese speziellen Biere auch verkaufen mussten, das war halt völlig klar, du musst wirklich Überzeugungsarbeit leisten. Richtig. Und außerdem sagt er, lokal war für mich nie ein Trend, sondern normal und die enge und jahrelange Zusammenarbeit mit den Hamburger Brauereien ist ein wesentlicher Baustein der gesamten Bierthematik und bei uns ist es schon immer Teil des Konzeptes. Lokale Biere gehören bei uns immer fest an den Haaren. Genauso wie die Hobbybrauer hier auch immer eine Heimat haben. Am 27.9. treffen sie sich wieder im Galopper und er sagt, das sind die besten Stammtische überhaupt. Um zu sehen, wie immer mal wieder oder und zu sehen, wie immer mal wieder einzelne Durchstarten mit eigenen und selbstständigen Projekten, das ist einfach herrlich. Und das schreibt Gerrit mit drei Ausrufezeichen am Ende. Sehr schön. Ja, aber da können wir doch jetzt mal direkt einen Hobbybrauer zu Wort kommen lassen und zwar den Volker Evers. Und den haben wir ja kennengelernt. Wir haben eben schon diese Geschichte erwähnt, dass wir Sophia in einem frühen Podcast dabei hatten. Da haben wir ja quasi einen Live-Podcast bei uns im Studio gemacht mit Fiete und Sophia und da konnte man halt die Teilnahme gewinnen und da war ja unter anderem Volker Evers dabei und natürlich auch Bernd Strehl, der ja mittlerweile auch einen Schritt weitergegangen ist noch als Hobbybrauer. Oh, der saß ganz angespannt in der ersten Reihe, ganz aufmerksam. Ja, und Volker ist passionierter Hobbybrauer und Teil der Szene von Neumünsterbraut und den Hobbybrauer in Hamburg, weil er ist nämlich in Norderstedt ansässig und somit quasi dazwischen. Ich bin in beiden Hobby-Gangs. Ja gut, dann kann man von überall das wissen abzapfen und trifft nette Leute. Aber ich finde es toll, wie die auch wiederum die Profis in dem Business unterstützen. Das ist, ich glaube, da profitiert man viel voneinander, oder? Ja, auf alle Fälle. Also zum Beispiel mit Neumünsterbraut haben wir jetzt als nächstes Event, dass wir alle das Trick 17 nachbrauen von der Witthofer Brauerei. Also mit dem Originalrezept, was wir in netter Weise kriegen durften auf unseren Anlagen. Und dann wird das im November von den Brauern und von Henning aus der Witthofer Brauerei verköstigt. Und dann mal gucken, wer da die Nase vorn hat. Ja, also angefangen hat das alles Ende 2017 zu Hause bei mir im Garten wie üblich mit einem Einkocher ein Paddel ganz ja Hardware-Kalt mäßig. Genau, so hat das Ganze angefangen. Und was kam dann? Jetzt inzwischen der G30 also Grainfaser 30 der sehr viel natürlich selber machen kann und ich über Lukas Beckmann Beckmanns Braumischung meine Sachen mir organisieren kann also entweder eigene Rezepte oder auch die Rezepte die Lukas dort zur Verfügung stellt und die braue ich auf meiner Anlage nach und deswegen sage ich für mich trotzdem es ist mein Bier und nicht von irgendeinem anderen und ja ich braue aber immer noch obergärig auch wenn ich schon so lange dabei bin weil ich einfach noch nicht so diesen Raum zum Kühlen habe für das untergärige Bier. Ja, da fällt der Name Lukas Beckmann der in diesem Jahr 10 Jahre Braumischung.de gefeiert hat und ja das ist noch so einer der die Bierszene in den letzten 10 Jahren begleitet hat und ein weiterer der davon eben auch aus dieser Geschichte ein solides Unternehmen gegründet hat und den wir auch dieses Jahr im Podcast hatten zusammen mit Markus Kort. Richtig, das war ein sehr schöner Podcast verlinken wir natürlich in den Shownotes die Hobbybrauer die haben also definitiv ihren Anteil an dieser Entwicklung der Biervielfalt und das ist auch wirklich eine gute Laune Gang muss man sagen und sie unterstützen eben oft im Austausch für Wissen Brauer und Brauerinnen bei Events im Ausschank oder so oder sie schenken eben ihr eigenes Bier an einem Gemeinschaftsstand gegen Spende aus bei Hamburger Bierfesten zum Beispiel und Spenden dann die Erlöse und also die Umsätze und das ist schon finde ich eine richtig gute Initiative Absolut Es wird schwer sein alle zu nennen die diese Bierbewegungen am Anfang begleitet haben also das alles hat hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit das soll nur an dieser Stelle mal gesagt sein weil ich wette wenn wir mit dieser Folge durch sind dann wird die eine oder andere sagen aber ihr habt vergessen den oder die zu nennen wir entschuldigen uns jetzt schon wir entschuldigen uns jetzt schon und ich denke diese Folge wird eh eine der längeren sein also insofern seht uns das nach aber es gibt eine die möchten wir trotzdem noch hier nennen nämlich eine die auch schon früh dabei war Iris Eickert Remi Demi Managerin bei der Astra St. Pauli Brauerei die hat zwar erst 2018 eröffnet und ist somit eher einen Ticken nachgelagert aber es ist einfach so dass Iris schon eine ganze Ecke früher sich schon mit Bier beschäftigt hat also so dass ich mir das erste Mal richtig da über Crafty Gedanken gemacht habe das muss so 2011 ungefähr gewesen sein und so ungefähr 2012 ging das los mit den Festivals hier in der Stadt also ich würde sagen seitdem erinnerst du dich mit welchem Gefühl du damals in dieses Abenteuer Bier gestartet bist kannst du das beschreiben also ich fand es einfach großartig zu sehen dass es dieses Genussgetränk gibt von dem ich dachte dass ich darüber Bescheid weiß und dann habe ich so gemerkt ich weiß gar nichts und dieser dieser Moment hat mich so gepusht dann so zu sehen das ist so ein riesiges Feld an flüssigem Wissen was vor mir liegt was man exploren kann wo man bis zum Grund tauchen kann und noch viel weiter und dieser ja dieser Abenteuergeist der ist ich glaube der verbindet uns so ein bisschen in der Bier Szene und das macht einfach Spaß inzwischen muss man sagen weiß Iris Eilk hat eine ganze Menge über Bier die macht nämlich demnächst ihren Master of Beer oder sie ist eigentlich schon fast fertig es fehlt nur noch die Abschlussarbeit die schreibt sie gerade was der Master of Beer ist das hört ihr in unserem Podcast mit Iris die war nämlich auch schon zu Gast und von ihr werdet ihr wie von fast allen in dieser Folge im zweiten Teil dieser Doppelfolge noch mehr hören und eigentlich würde ich an dieser Stelle noch gerne einen weiteren Aspekt von Craft Beer ansprechen denn die Craft Beer Bewegung hat ja auch durchaus Einfluss auf traditionelle Locations gehabt und am Ende stellt sich ja auch die Frage was denn Craft eigentlich ist und mit diesem Begriff Craft Beer hadert die Szene ja schon eigentlich seit er nach Deutschland gekommen ist das stimmt ja und heute so richtig einige möchten den auch gar nicht mehr nutzen Julia Wesselow hat hier glaube ich im Interview verraten dass die super froh sind dass die von Anfang an auf den Namen Care wieder Kreativ Beer gesetzt haben und Ratzehren möchte ja auch nicht mehr Craft sein weil es als zu abgrenzend empfunden wird aber es gibt eben auch so Läden wie zum Beispiel Blockbräu die haben ja 2013 eröffnet und ich sag mal das ist ein gestandener Braugasthof genau ganz klassisch genau an den Landungsbrücken super Lage viel Holz drin eher dunkel aber die haben eine tolle Dachterrasse sehr sehr schön mit schönem Blick auf die Elbe ja die machen da so eher traditionelle Bierstile zünftige Küche Bierkönigin Wahl weiß Bescheid aber sie haben ich hab schon erwähnt die Dachterrasse mit Hopfen da oben auch und da oben hast du ja den Chefbrauer da getroffen oder genau Thomas Hund und den kennen wir ja auch schon echt lange den haben wir direkt so quasi in unserer Früh Hopcast-Phase kennengelernt und immer wieder getroffen bei vielen Veranstaltungen und auch das eine oder andere Bier zusammengetrunken und uns immer sehr nett unterhalten und der ist ja so klassischer Brauer und für klassische Brauer war das ja oft so dass sie sich mit diesen Craftbeer-Stilen halt überhaupt nicht auskannten für die war das ja auch was total Neues wie war das denn bei ihm? kannte er Craftbeer schon? ja muss ich sagen über Ratsherren also Thomas Kunst weil wir haben in der gleichen Stadt fast in der gleichen Brauerei gelernt Hakebeck und Becks also er war bei Becks und da haben wir schon einiges mitbekommen und ja wir haben klassisch angefangen mit dem Pilsener und dem Weizen was wir allerdings damals auch schon stärker gehopft haben ah wie seid ihr auf die Idee gekommen? war das schon inspiriert so von der Hopfenweiße? gab es die damals eigentlich überhaupt schon? Schneider? ich hatte glaube ich entweder war es eine Schneider ich hatte mal eine etwas stärker gehopfte weiße gedruckt und das hat mir besser gefallen als ganz ohne Hopfen und dann hast du ja wahrscheinlich gemerkt okay Ratsherren die machen jetzt auf einmal noch ganz viele andere Sorten inspiriert das? weil ihr seid ja sonst eher sehr klassisch aufgestellt hier ja wir haben dann ja auch mal versucht wir haben Summer Ale gemacht auch oder so ein Frühlings Ale sag ich mal ich sag mal Kölsch mit ein bisschen mehr Hopfenaroma und Pale Ale aber wir hatten natürlich dann hier was hatten wir 14, 15 Brauereien die alle Pale Ale gebraut haben und dann sind wir wieder irgendwann geswitcht auf die Anführungsstrichen normalen Biere ja und trotzdem Block Breu macht schon immer mit bei der Beer Week und man kann dort in diesem Jahr eine Brauereitour mit Zwickeln und Stacheln erleben auch was ganz Besonderes mal sehen wie das so ankommt Stacheln im Sommer kann spannend sein und Block Breu ist natürlich außerdem beim Senatsbock mit dabei und sie machen meistens ziemlich klassischen Bock und der ist eigentlich jedes Jahr ziemlich gut und da stellt sich natürlich auch irgendwie die Frage an Thomas was ist eigentlich Craft? ist das Craft? da muss ich kurz nochmal einhaken also ich halte auch Bock für ein Craftbier wenn man es zwischen 8 und 12 Wochen lagert das sind ja Sorten so wie Maibock oder gerade auch der Senatsbock den wir dann zusammen machen das ist ja schon wirklich auch Craft auch mit den verschiedenen Sorten die gemacht werden von den einzelnen Brauereien ja da hat er recht das finde ich auch also was ist Craft? auch klassische Bierstile die ja dann durchaus auch mit einem Twist wie bei ihm gebraut werden und beim Thema Weizen hat er sich ja reingekniet muss man sagen das ist auch durchaus Craft aber über die Definition von Craft könnte man nochmal eine ganz eigene Folge machen das würde jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen aber an diesem Punkt haben wir jetzt vor allem die aufgeführt die Personen die ihr Geld mit Craftbier verdienen oder es eben selber brauen aber es gibt ja auch die Community und die ist sehr wichtig die ist super wichtig weil die trägt das Ganze durch gute und schlechte Zeiten und die ist wirklich ziemlich treu in dieser Stadt muss man einfach so sagen und zu den wohl treuesten Personen in dieser Community gehören Hanna und Miko ja und die vor allem auch ihre Liebe so schön immer gleichmäßig verteilen an alle das ist denen richtig wichtig ja und deshalb wäre der Podcast eigentlich nichts ohne ihre Stimme also Hanna was sind deine Erinnerungen an den Anfang der Craftbier Bewegung in Hamburg die Fietin postet ja gerade immer so Bilder von vor 10 Jahren das finde ich ganz süß weil an ganz viele Sachen erinnere ich mich wirklich rot die hat neulich eins von 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 einem Event bei Galoppa gepostet und da war ich auf jeden Fall das weiß ich da haben die so ein Showboot gemacht wo ich auf diesem Event war und ich habe das Bier hinterher getrunken das fand ich ganz geil und die Bierinsel erinnert an die Bierinsel wir waren nicht auf den Bierinseln zwei Menschen schütteln in die Köpfe oh nein die Bierinseln waren auch so gut weil da gab es das erste Mal diese Schickha-Sachen von Olli Wesselow im Altes äh im Altes Elbe und da konnte man abstimmen welches von den drei Schicksals man am besten mag und wir waren in der Schankwirtschaft da gab es mega gute bayerische Biere die mit dem ich glaube wir haben jetzt irgendwie aufgekauft die mit dem mit dem Bix auch drauf Crew Republic ja genau Crew Republic da habe ich sehr gute Crew Republic in den Bier getrunken und ich glaube Sascha hat da auch schon die ersten Bierer gehabt auf der Bierinsel Abel bis dahin habe ich es nicht geschafft fahre wieder hinterher irgendwo anders wo vorher schon war weil es einfach so geil war dem Abend das waren so die alten Sachen die mich jetzt gerade erinnert Stefan du warst nicht auf der Bierinsel ich war nicht auf der Bierinsel ne ich frage mich sowieso an was Hanna sich nicht erinnert das by the way also die Frau hat das Gedächtnis eines Elefanten ja von zwei Elefanten das ist unglaublich das ist Wahnsinn was sie sich alles merken kann das ist wirklich irre das Etikett sah früher ein bisschen anders aus ach was denkt man sich Hammer Hammer liebe Grüße an Hanna und Miko okay noch zwei Bierinfizierte die sich dann 2020 auch entschlossen haben sich offiziell so zu nennen nämlich Bierfluencer auf Instagram findet man sie sind Steffi und Matthias ich fand cool als man zum ersten Mal so so Fichtennadeln oder sowas im Bier gehabt hat oder Rauchbier da hab ich gedacht boah wie krass ist das denn das ist auch Bier und das gehört auch zu dieser Gattung das fand ich völlig faszinierend das ist dann wahrscheinlich Prusifer gewesen oder so damals ja ich denke schon Anna sagt direkt ja das ist ein Engel ja 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 das haben wir oben steifelt man als erstes Mal drüber und das kann ich nicht verstehen dass du da dachtest so Mensch das ist ja verrückt so kann Bier schmecken das ist ja hier in den Inseln hier 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 bei den Bierinseln gab es so hieß Bier das kam bald ich weiß gar nicht mehr wo ich das da auch für den Ringenden war aber 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 sagt mal ihr beiden wie seid ihr dann auf die Idee gekommen zu sagen okay wir blocken jetzt wie irre über Bier und machen Bier Fluencer ich glaube das der ausschlaggebende Punkt war ein Moment als wir doof oder nicht doof sondern noch Flaschen von Sunburst gesehen haben und gesagt haben wow wie krass kann denn Bier aussehen allein vom Design und das ist einfach für mich ist eine Designgeschichte ich mag gut designtes Bier und dann ist der Weg von Sunburst zu Omnipot und nicht Wald und dann kommst du hier ganz schnell zu Bier und Bier und hast deine Liebe ganz schnell gefunden also das ganz klare Nummer also du bist über das Design rangekommen immer und auch heute noch ich bin ein ein Coverkäufer von Viren ein Dosenopfer ja leider schade das ist eine teure Liebe und ich bezahle es gerne ja aber schön zu hören dass ihr euch super ergänzt wenn ihr eine vom Inhalt kommt und der andere von der Verpackung das ist ja eine ganz hervorragende Kombi bei euch auf jeden Fall das stimmt der Inhalt ist ja mittlerweile auch ganz nett das sagt Matthias auch immer zu mir ja diese Aufnahme haben wir spontan auf dem Freitagabend vor Beyond Beer gemacht die Herrschaften damit quasi so ein bisschen überfallen aber einen haben wir noch Jens Spiegel Hopcast-Hörer und absolut bierverliebt den haben wir auch schon ein paar Mal mit Wortbeiträgen hier sozusagen im Hopcast gehabt und Jens woher kommt diese Liebe eine Dekade traf mir in Hamburg an was denke ich da ich wohne ja erst eine halbe hier aber diese fünf Jahre waren ziemlich abwechslungsreich ich denke viel an Gemeinschaft an Offenheit an Toleranz an an Miteinander und an eine klare Kante gegen rechts und ich finde das irgendwie spannend weil trotz der Vielfalt an Brauereien und Brewpubs die es hier gibt fühlt man sich beim Craft Beer so ein bisschen wie in der Familie man trifft sich oft ich gehe zum Stammtisch und besuche wechselnde Lokalitäten und das ist einfach immer wieder ja wie nach Hause kommen so ein bisschen und ich mag es total dass man als Mensch vor dem Bier ganz nah an den Menschen hinter dem Bier dran ist und man kommt ins Gespräch mit Brauern mit Brauerinnen und man ist einfach immer irgendwie mitten im Geschehen das ist das ist echt sensationell Danke Jens Spiegel dass du uns diese Aufnahme geschickt hast so jetzt haben wir die Community die interne Community das waren ja alles Hamburger und Hamburgerinnen jetzt gibt es ja aber auch noch externe Unterstützung und es gibt jemanden der die Bierbewegung auch schon sehr sehr lange begleitet unterstützt und einlädt zu einem eigenen Bierfestival nämlich Markus Quatt den hatten wir auch schon zu Gast in diesem Podcast Markus Quatt ist quasi ein Freund des Hauses Bierszene Hamburg er ist Biersommelier und er ist Inhaber der alten Posthalterei in Lingen und Gründer der legendären Lingener Bierkultur und hat sehr erfolgreich das Social Media Format Digitale Bierprobe zu einem der erfolgreichsten seiner Art in Deutschland gemacht in der Corona Zeit in der Corona Zeit ja also er hat es glaube ich danach nochmal aufleben lassen weil das Ding wirklich Kult ist aber sie haben es ja in der Corona Zeit auch erst gemacht weil es war natürlich wie für viele waren Online Tastings ein Ausweg aus dieser Tatenlosigkeit er hat das zusammen gemacht mit Raphael Corella und die beiden waren wirklich ein Dream Team muss man sagen ganz toll und sein Bierfest Lingner Bier Zirkel feiert übrigens in diesem Jahr auch Zehnjähriges und zwar am Donnerstag dem 5.9.2024 auf dem Universitätsplatz in Lingen die ersten 50 Liter Bier gehen auf jeden Fall auf uns super lese ich hier gerade liebe 3000 am DJ Pult wird bestimmt super also weil der gute Markus Quatt irgendwie im Herzen auch ein Hamburger ist finde ich und die Hamburger Bierszene so eng begleitet hat und ja auch den Senatsbock die Online Ausgabe moderiert hat das nicht zu vergessen haben wir ihn gefragt sag mal Markus kannst du uns nicht auch eine Aufnahme schicken was du von dieser Bierszene hältst und wie du das erlebst Hallo ihr Lieben schöne Grüße aus Lingen hier spricht Markus Quatt von der alten Posthalterei unter Lingen Bierkultur ihr habt darum gebeten dass ich mal was zu 10 Jahre Craftbier erzähle in Hamburg boah da hätte ich so viel zu erzählen aber vielleicht mal ein zwei Geschichten also das erste war dass wir wirklich gerade ich glaube da war das alte Mädchen so ein Jahr alt ungefähr saß ich mit meiner Frau da und hab ein Bier bestellt und der Kellner fragte dann ja was denn für eins und ich sag ja keine Ahnung kenne ich mir die mit aus bring mir doch einfach mal eins und dann habe ich das erste Mal ein IPL in meinem Leben getrunken und war tatsächlich sehr überrascht was da so in dieser Bierwelt geht und habe dann angefangen mich damit zu beschäftigen und zufälligerweise war das auch gerade der Zeitraum so ein halbes Jahr bevor wir die alte Postseiterei in Lingen eröffnet haben wo das Thema Bier sowieso eine größere Rolle spielen sollte gesagt getan also habe ich angefangen ein bisschen zu recherchieren und habe dann tatsächlich kurz danach auf der Internorga den Axel Ohm kennengelernt den die meisten ja jetzt über Überquell auch kennen dürften der hat ja damals auch das alte Mädchen entwickelt und so weiter und das war für mich natürlich ganz toll so jemanden in Hamburg kennenzulernen das war so mein erster wirklicher Kontakt und danach folgen ganz ganz viele Leute mit denen wirklich auch mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis ist da würde ich zum Beispiel den Max Mahner auf jeden Fall ganz vorne noch sehen der ja bei Brausturm Bier und Bier quasi auch ganz viel für das Thema Bier getan hat ja und was soll ich sagen wir haben mit fast allen Brauereien in Hamburg viel viel zu tun und haben das große Glück hier in Lingen in der alten Postseiterei dann unter unseren 120 Bieren auch immer einige aus der Hamburger Welt zu haben also wir haben mit Sicherheit immer 20 Biere aus Hamburg auch hier bei uns es macht wahnsinnig Spaß ja und dann kam ja diese lustige Zeit wo es digital wurde es durfte nicht mehr in Kneipen getrunken werden 2020 2021 und dann fingen wir bei uns in Lingen mit digitalen Konzepten an in einer digitalen Bierprobe und das ging dann so weit dass wir auch eine digitale Bierprobe in Hamburg gemacht haben und wir durften dann sogar ich glaube drei oder vier Jahre am Stück sogar den Hamburger Senatsbock noch digital mit begleiten und durften dann quasi für die Leute die es nicht nach Hamburg geschafft haben dann vor Ort sitzen und die Senatsböcke verköstigen beziehungsweise verköstigen lassen und dann mit den ganzen spannenden Menschen die da rumrum sind sprechen also eine tolle Zeit ja also am Ende kann ich nur sagen zehn Jahre Craft Beer in Hamburg ich hoffe es kommen noch tausend und zehn dazu wahnsinnig toll was in Hamburg alles läuft ich will gar nicht einzelne Leute nennen einzelne Gastronomien und Co aber es ist schon Wahnsinn und Hamburg ist für mich immer Pflichtprogramm drei bis vier mal im Jahr bin ich auf jeden Fall vor Ort und schaue mir natürlich auch ganz neugierig an was gibt es denn Neues an Bieren aber auch an Gastrokonzepten ja und das ist toll Hamburg ist großartig also wenn nicht Lingen die schönste Stadt der Welt wäre ich würde in Hamburg wohnen aber die zweitschönste ganz liebe Grüße ja das war Markus Quatt aus Lingen ich sag ja Hamburger im Herzen toller Typ mag den sehr sehr gerne und wir waren ja auch mal auf der auf dem auf der Lingener Bierkultur genau ja oder war das schon der Lingener Bierzirkel es ist ja mit Corona zum Bierzirkel geworden genau zum Bierzirkel geworden nach Corona ich weiß gar nicht wie sie das jetzt genau betreiben also grundsätzlich ist es ja die Lingener Bierkultur aber irgendwie da haben sie dann auf jeden Fall so als Corona-Ausweichveranstaltung quasi den Bierzirkel betrieben und irgendwie haben sie das beibehalten ja also Corona also nach Corona um die Menge zu entzerren ja da wechselten die Brauer ihren Platz in der Mitte wie so ein Karussell und die Leute bleiben aber am selben Platz sitzen dadurch hast du nicht so viel Bewegung in der Menge und nicht so viele fremde Menschen treffen aufeinander das war die Idee dieses Bierzirkels also ich sag's nochmal fünfter, neunter zehn Jahre Lingener Bierzirkel und das ist wirklich eine wirklich richtig richtig nette Veranstaltung mit netten Leuten und mir hat es damals sehr imponiert weil das glaube ich auch wirklich viele sind die sich sonst nicht vollständig mit Bier auseinandersetzen jeden Tag die sind da einfach neugierig ja das war echt eine sehr sehr schöne Veranstaltung ganz ganz empfehlenswert super ja kommen wir zu einer weiteren Kategorie Rest in Peace ja die Kategorie ist eigentlich gone but not forgotten könnte man sagen ne wir haben es ja eben schon gehabt Bruce Fafilia das ist ja auch so eine Geschichte gewesen die es dann dann leider nicht geschafft hat das war das legendäre Tannennadel oder Fichtennadel Bier ja und es gibt ja leider so ein paar Läden die man dann ja nicht nur Läden Lädenbrauereien die man dann doch so ein bisschen vermisst die es nicht geschafft haben ich zähle die jetzt einfach mal so runter zu den einen oder anderen sagen wir was leg los leg los alles Elbe haben wir schon erwähnt wirklich not forgotten ja hat leider dich danke danke Jenny für die tollen Seiten die wir da hatten dann gab es von Freude das war auch ein Bierlabel was auch sehr am Anfang schon dabei war auch einen Laden in der Innenstadt hatte was es dann leider auch nicht geschafft hat die Schankwirtschaft Max Mahner haben wir dabei auf dem Kiez halt auch ein sehr schöner Laden die Bierbühne Craft Beer Rockstars in Winterhude ja der alte Galopper des Jahres leider auch nicht mehr am Start aber der neue der neue ist am Start genau Gerrit ist noch am Start aber die alte Location ist halt leider weg das Bierland haben wir auch schon erwähnt Elbpaul ist da als fetter Seestern wieder hat sich verändert und natürlich Uwe die mit ihrer nur alkoholfreien Bierlinie damals ihrer Zeit dann doch voraus waren vielleicht hätten sie einfach weitermachen sollen auch hier kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Stefan nee das ist irgendwie wir haben bestimmt welche vergessen wir hatten auch eben überlegt es gab auch nochmal 2015 2016 noch so einen Bottleshop in der Schanze der ist auch weg da fällt mir aber auch der Name nicht mehr ein also es gab immer mal wieder so kleine Sachen die aufpoppten aber ja oder eine längere Pause machen ja you don't know aber es gab und gibt offensichtlich einige Herausforderungen in der Bierszene und da wo Licht ist ist auch Schatten und ein bisschen Schatten werden wir uns in der zweiten Folge dieser Doppelfolge in der zweiten Episode auch anschauen so mancher und so manche ist vielleicht auch ein bisschen naiv hineingestolpert in dieses Abenteuer Craft Beer das hat uns Francesco vom Malto in Hamburg Altona in unserem Podcast mit ihm damals auch erzählt vielleicht wenn wir haben angefangen wir waren ein bisschen so naiv ja ich würde sagen dass eine Businesserfahrung also eine Business Introduction so wie sollte ein Bar sein wann du sollst ich denke dass in den ersten Jahren dass wir hatte nie so viele Konkurrenzen und es war viele Platz wir hatten ein paar Fehler gemacht in Management ja so einfach Business Management dass wir haben verloren ja dass wir haben verloren ein bisschen die Wave aber dann wir haben diese wiedergefunden mit unserem Publikum aber ja vielleicht mit ein bisschen mehr Business Consultant was sollte man machen in einer Bar was sind die wichtigen Punkte das wir haben alles sehr kennengelernt ja wie du hast ja gesagt ich war vorher in der Universität so vielleicht diese hat ein bisschen alles schwer gemacht aber ich kann nicht so negativ auf was wir haben gemacht alles in dem Business weil ja wir haben sechs Jahre vorgemacht und was ist passiert in den letzten vier Jahren ist ja undeckbar so was ich sage cool dass wir sind noch hier absolut am Ende vielleicht ich möchte die gleichen Fehler machen aber vielleicht war die einzige Lösung zu machen diese Fehler und zu lernen ich mochte mehr verlieren in Zukunft auch und Ian Forkner habt ihr ja auch noch gehört der war auch dabei bei diesem Podcast das Malto wird natürlich auch bei der Beer Week mitmachen in diesem Jahr und sie haben wieder Heinz zu Gast die Norddeutsche Brauerei ist Spezialist für fast gereifte Farmhouse Ales unter anderem ich würde sagen echt ein Knaller also Heinz Biere sind wirklich klasse lohnt sich da bestimmt auch dort vorbeizuschauen überhaupt unser Tipp schaut euch das Programm der Beer Week an die meisten der Protagonisten und Protagonistinnen in dieser Folge stellen etwas Tolles auf die Beine in dieser Zeit Max zum Beispiel serviert glaube ich Pizza Sandwiches Beyond Beer mit Bierbegleitung ich meine er sitzt da ja in der Quelle da gibt es viele tolle Biere mit denen man Pizza Sandwiches veredeln kann Beyond Beer Store Manager Reno den werdet ihr im zweiten Teil auch noch hören der ist eh immer für tolle Extras zu haben der denkt sich immer viel aus für den Store der Mann ist Italiener und insofern ist er sowieso Genussexperte das Braustädtchen feiert am 11.9. eigentlich ein Pre-Opening der Beer Week ein kleiner Extra-Tipp für euch drei Jahre Biervielfalt am Fischmarkt der Bottle Store dort wird tatsächlich drei Jahre alt Christian Temme hat dazu Gäste eingeladen und einer ist dabei auf den freue ich mich tatsächlich sehr den habe ich länger nicht gesehen Danny Domingo Ja das ist auch jemand Daniel Hertrich auch so ein Urgestein der Hamburger Bierszene ganz früher bei Blockbräu gearbeitet dann lange ich sag mal im Ratsherrn Kosmos auf allen möglichen Positionen dann im Überquell da natürlich auch recht bekannt geworden weil er die ganzen Online-Formate gemacht hat Digital-Formate und sich ja jetzt glaube ich komplett auf die Musik konzentriert Ja hat auch noch hier diese Konfetti-Korn-Geschichte gemacht glaube ich Das weiß ich nicht Ah das fragen wir ihn da einfach Ja super Idee Aber er macht er ist auf jeden Fall viel unterwegs auf so Elektro-Festivals mit seiner Freundin und die beiden sind ein DJ-Team und das ist schon mordsmäßig cool was die da machen und ja Bier und Musik ist eine gute Kombi das wissen wir Stefan Ja Er hört nur ein bisschen andere Musik Etwas als du und macht auch andere Musik als du Daniel Hertrich ist der richtige Name Danny Domingo ist sein Künstlername in der Bierwelt und eigentlich nannte man ihn auch immer so war auch wirklich in vielen Folgen bei uns zu Gast mit kleineren Beiträgen war auch bei der Bierkrisen-Folge mit Landgang dabei und war vor allem auch mit Hopferei Hertrich in der allerersten Folge dabei Richtig Ja Ich freue mich sehr den wiederzusehen Ja Also das wird bestimmt richtig lustig Elfter, Neunter und werf doch vielleicht auch mal einen Blick in das Menü von Open Mouth das ja auch zeitgleich stattfindet es gibt dort so ein Sterne Dinner das ist eins der Highlights das ist natürlich total schick aber es gibt auch lockere Sachen sowas wie die Gaumendisco zum Beispiel das ist wirklich ein schönes Format da geht es um Food Wein da geht es auch um Naturwein da gibt es also auch viel zu entdecken total klasse Musik gibt es da auch immer dabei also es ist wirklich eine bunte Veranstaltung auf wirklich schönem Niveau also wir verlinken euch auch das in den Shownotes und damit nähern wir uns tatsächlich dem Ende dieser Folge verrückt dass wir da noch mal ankommen heute Wer hat das gesagt genau Du hast gesagt wir erschaffen hier ein Monster wir erschaffen ein Monster wir kreieren ein Monster also es ist jetzt gar nicht mal so schlimm wir sind jetzt bei knapp anderthalb Stunden ist gar nicht so schlimm geworden wie ich gedacht habe ach siehst du aber lass uns doch trotzdem die anderthalb Stunden knacken und noch kurz einen Ausblick nächste Folge wagen worum geht es es geht um Geschichten vom Stolpern es geht ums Weitermachen ums Durchhalten ums Abheben ums Fliegen und wir berichten vom Neubeginn vom Scheitern und von zerplatzten Träumen wie hat sich Craft Beer entwickelt und was können wir daraus lernen wie sieht das morgen aus es wird ein Wiedersehen geben mit alten Bekannten und den neuen Köpfen der Bierszene manche sind sogar beides ganz genau also da habe ich 2006 bei Bullshit als Brauer angefangen und da war ich ja tätig da bis 2020 bis die Brauerei umgezogen ist ja und jetzt bin ich in eine neue Welt quasi wie mir selbst mit zwei Freunden gebaut haben um deine Frage zu antworten verrückt ja ich glaube jeder ist halt ein bisschen verrückt im Leben aber so vom Mentalen würde ich sagen ist das Braustädtchen für mich natürlich so zweite Heimat und trotzdem ein ganz schwieriges Business das muss man einfach sagen also ich nehme den Begriff ja Craft Beer sowieso nicht mehr in den Mund war habe ich eigentlich von Anfang an nicht auf jeden Fall Deutschlands erfolgreichster Craft ist dort da bin ich mir ganz sicher so aber aber wenn man jetzt überlegt Alter okay krass vor sieben Jahren oder vor sechs Jahren haben wir überlegt ob wir den zu machen ich habe das Business auf Rund gestellt beziehungsweise bin da kurz davor das Ganze auf Rund zu stellen weil ich mich selber eben halt übernommen habe und vom Ansatz gut gestartet mit mehreren Freiwilligen die sehr enthusiastisch eben an die Sache herangegangen sind das wird gut Stefan oder das wird super wir dachten wir hauen mal so ein paar Cliffhanger raus damit ihr damit ihr dran bleibt ich weiß aber was kommt und trotzdem bin ich schon jetzt total neugierig und aufgeregt obwohl ich weiß was kommt also bleibt dran und wenn noch nicht geschehen abonniert am besten diesen Podcast dann verpasst ihr diese Folge nicht folgt uns auf Instagram da kriegt ihr auch immer so kleine Snippets zu schauen oder auf YouTube kleine Extras mit noch mehr Bierwissen und wenn ihr uns unterstützen könnt und mögt könnt ihr das via Steady damit sind wir tatsächlich jetzt am Ende dieser Folge wir möchten uns noch bedanken bei Hamburg Ahoy für den Support dieser Doppelfolge und wir ihr Lieben wir hören uns wieder am 27.9. 2024 Hopcast ist ein Podcast von Sounds & Pots Hamburg Studio für kreative Audioformate wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder uns eure Biererinnerungen an ein Jahrzehnt Craft Beer in Hamburg senden möchtet findet ihr uns auf Instagram Steady und unter www.hopcast.de und ihr erreicht uns außerdem unter cheers at hopcast.de findet ihr alles in den Shownotes und jetzt Tschüss und Ahoi Sounds & Pots Hamburg auch anything ist auch ist auch auch ist es es es